Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 743 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Peter ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und man sieht es ihm auch an. Peter ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und man sieht es ihm auch an. Ich habe alle diese Bücher gelesen. Ich mache Platz für neue Bücher in meinem Bücherregal. Ich habe alle diese Bücher gelesen. Ich mache Platz für neue Bücher in meinem Bücherregal. Ich habe alle diese Bücher gelesen. Ich mache Platz für neue Bücher in meinem Bücherregal. Ich glaube, da sind Diebe. Ich rufe lieber die Polizei. Ich glaube, da sind Diebe. Möchtest du noch mehr Wasser? Ich habe eine neue Flasche geöffnet. Ich gehe heute mit meinem neuen Rucksack in die Schule. Ich gehe heute mit meinem neuen Rucksack in die Schule. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Das Wichtigste steht hier auf der Tafel. Ich zeige dir die Vorgehensweise. Das Wichtigste steht hier auf der Tafel. Das Wichtigste steht hier auf der Tafel. Ich zeige dir die Vorgehensweise. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin auf dem Weg nach ganz oben und es wird mich niemand aufhalten. Ich bin auf dem Weg nach ganz oben und es wird mich niemand aufhalten. Ich bin auf dem Weg nach ganz oben und es wird mich niemand aufhalten. Ich kann mich nicht verlaufen. Am Nachmittag gehen wir gemeinsam auf den Spielplatz. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Die Arbeit im Krankenhaus macht mich glücklich und zufrieden. Die Arbeit im Krankenhaus macht mich glücklich und zufrieden. Ich helfe gerne anderen Menschen. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Du hast ihn beleidigt. Du hast ihn beleidigt. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Du hast ihn beleidigt. Der Schäferhund beobachtet seine Umgebung sehr aufmerksam. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Ich habe einen Igel gefunden. Ist er groß genug, um alleine zu überleben? Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich zeige dir, wie man sie steuert.